Musik 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 Ich bin fertig Ich bin wirklich schlecht Achso, bist du da? Nein, was ist denn? Musik Welcome back! Hallo zusammen und willkommen zu unserem ersten offiziellen Video von diesem Kanal Undercut Genau, noch ein Hoi zusammen von meiner Sinterhaus Unser erstes Video wird zum Thema der aktuellen Jahreszeit mir hoffen sehr, dass es dir gefallen wird und es wäre kein klassisches Youtube Video und nicht ohne den folgenden Satz Like, Comment and Subscribe Genau schonmal vielen Dank im Voraus und viel Spass Guten Morgen miteinander Es ist Sonntagmorgen und ich darf schon aufstehen weil ich die wundervolle Ehre habe, arbeiten zu gehen Tja will ich die Sonntagsverkäufe in der Weihnachtszeit doch lieben, oder? Pfff So Es ist zwei Tage Weihnachten und mir hat unser Weihnachtsbaum noch nicht geschmückt Das muss ich jetzt eigentlich nachholen Musik 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 Zeig Musik 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 Ähm Ja Ich habe die Hinterseite auch immer vergessen weil ich weine ja nicht, dass das Hinterritail von Donnebaum benachlässig gefühlt und allgemein das Glöckchen ist aber gefallen eben da hinten auch immer zu folgen alles drauf sehr schön Musik 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 So Es ist eine Woche vor Weihnachten Genau heute in einer Woche sitzen wir am Tisch und essen jetzt jetzt habe ich endlich mal frei weil am Wochenende bin ich immer unterwegs und habe noch gar keine Zeit zum Weihnachtsgeschenken zu besorgen und dann ist immer so viel los vor allem auch bin ich gerade froh habe ich mal unter der Woche Zeit dafür ja jetzt bin ich noch gar nicht dazu gekommen überhaupt zu schauen was sie in der Stadt für Weihnachtsbeleuchtung haben bin ich gerade mal gespannt weil dort wo ich am Wochenende war das war also gar trist und hatte überhaupt keine Weihnachtsstimmung das macht den Stress vom Shopping wenigstens noch ein bisschen Spass Endlich Platz Glorien excelsis Deo Glorien excelsis Deo Gott sendet mich Ich verkünde euch die frohe Botschaft Glorien excelsis Deo Hallo Ist doch niemand Hm ähm die Publik eigentlich Ah ok ähm Happy Christmas Varazos Was ist denn Varazos und wenn euch das auch mal unter dir genießt dann kommen wir am 24. und 26. in die Kirche in Antonius Kirche Kleidettiger es fährt am 5 Jahre und es ist gratis 2 Jahre erками 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre handelnd 2 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 4 Jahre 3 Jahre Die Leute vereinbaren, wenn man es nicht auslässt und glücklich auf die Weihnachtszeit anstossen. Jetzt haben wir schon unsere Glühwein, aber ich möchte nur noch etwas essen. Ja, ich kann mich hören. Das ist meine erste Glühwein, was ist besser? Von dem Weihnachtsmarkt? Mega viele feine Sachen. Let's go! Let's go! Let's go! Was ist das für eine Qualität? F*** Huawei! Es tut mir leid, es ist mir erst mal aufgefallen, aber ich will wirklich niemanden, der Huawei hat, beleidigen. Aber ich als iPhone-User muss nur mal einfach sagen, dass wir die viel besser Qualität haben. Ähm, ja. Und dazu noch viel geringere Handystrahlung. Was wir nächsten Mal auch. Schaut drauf. Und hinter geht's! So schön! Ja, danke! Hier oben sieht man, wie man am Spitzel ist. Ja, immer schön. Füri für die Sonne! Wir sind hier, alle sind verbrannt. Elena wärmt sich an den Feuer auf, weil sie keine Händsche dabei hat. Lachs? Das ist ein supergeiler Lachs. Den gibt es zum Beispiel im Europapark. Den gibt es auch so. Den können wir dann wieder essen. Meistens essen wir den Brötchen. Also können wir es vorbei, solange ihr könnt es vorbei sein. Probier. So geil. Die Brötchen mit Lachs sind immer der Hammer. Glücklich. Auch hier. Wir sind nicht auf der Kamera. Die Mami haben wir rejectiert. Life's hard. Ich möchte nicht auf der Kamera sein, eigentlich. Ich habe rechts ein wenig geschaut, aber natürlich hat es ganz viel dran. Jetzt hat es gerade geheißen, aber auch egal. Da ist sonst noch eine andere Ladeklappe. Ah, Tally Whale. Wer weiss, was hier drin ist. Er das weiss. Jetzt lacht ich mir für dich. Geld habe ich keinen. Jetzt gehen wir wieder ins Höring. Auf Wasser zu heimlich kommen. Ich muss sagen, es wird sehr viel lauter unterwegs. Am Donstagabend in Zürich in dieser Kälte. Aber es macht ja alles für dich. Es ist frühen. Und für ein feieres Nutella-Greppe auch noch. Das ist so geil. Ja, sonst war es heute in der Weihnachtsee. Ähm, ja. Jetzt hoffen wir, dass es kühl wird. Und wir hoffen, dass es noch nicht lang ist. Das ist frühen, oder? Ja, das ist frühen, oder? Ja, das ist frühen. Das ist frühen, oder? Ich würde es so gerne probieren. Sorry, ich wollte schon etwas filmen. Einmal haben wir noch nicht genug gegessen. Dann müssen wir noch wachlesen. Was? Was? Wow! Fürst du nur einer von den Steinen. Dann hätte ich nur ein Kalt für einen Monat. Willst du es probieren? Was? Wachst du dir einmal so? Ich habe sie gesehen. Pelle nach oben. Was machst du? Gut, Pest. Nimm dir. Ich mache. Machst du mir noch eine Gabel bitte? Komm hoch. Wir sind schon wieder einmal so nett. Wir haben das mit den Wacken zusammen. Das glaube ich ist stark. So. Jetzt muss ich wieder essen. Man sieht sich. Wir sind hier am drehen. Überholen wir uns bitte nicht. Elena muss mich aufnehmen. Welcome back. Hallo. Druck zusammen. Hallo. Nein, das wollen wir nicht. Hallo. Okay.